Äh, warum kann ich nicht mehr laufen? Hey, das f***ing geht aus dem Server. Cool. What? Was ist passiert? Cool. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. 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 Jägen. Probe. Ja Was ist Ich verliere gleich mehr Ich baue gleich mein Lenkrad auf Und spiele ein Rennspiel Ich schwöre Das meine ich So was gab es früher auch nicht Kein Mensch Hat gediehlt früher Niemand Früher hat auch vielleicht Ein Mensch von 100 Milliarden gefühlt Gecheatet Du fliegst raus wenn du quehst Ja Ja bei mir bist du rausgelungen Ey Digga ich hasse das Man Junge so gehen Match Das ist einfach drei Jahre Digga Es dauert so fucking lange Bis man ein Match da gespielt hat Digga Wir haben vor einer halben Stunde Gefühlt in einem Match angefangen Warum schließt sich Digga Auch dass ich über den Taskmanager Jedes Mal schließen muss Das nervt so Alter Na wieder im Internet? Ja Und wir sollten reden Übers Internet und wie es unser Leben bestimmt Über Politik Familie Das Darknet und Online-Tracking Was bedeutet Privatsphäre Und wie kannst du sie online schützen? Dinge eben die man sich fragt Echt jetzt? Hör rein bei Aweb Dem Podcast von Firefox Für dich